Willkommen im Schneppchenkeller von Profischnapp.de Heute habe ich wieder ein ganz besonderes Schneppchen für Sie und zwar zwei Sofas als Sofagruppe hier ein sehr platzsparend Hochkant präsentiert vom Modell Lawina, was Flex Plus läuft in Leder 140,50 ein Sofa mit 2,10 Meter und ein Sofa mit 190 Zentimeter Nun, was ist hier der Vorteil? Sie haben eine ganz klassische Formgebung Ja, das Sofa erinnert sehr stark an Konzeta und deshalb ist es auch ein absoluter Longseller Es wird nie aus der Mode gehen Flex Plus gibt es auch schon seit über 10 Jahren und Lawina ist einfach eine Variante von Flex Plus für unsere Möbelhausfreunde mit dem roten Stuhl Mehr will ich nicht sagen Kissen hinten lose, damit können Sie die Sitztiefe individuell verstellen Einfach hinten rausziehen oder ganz rein drücken dann haben Sie mehr Sitztiefe Sitz, Kaltschaum, mittelfest Ganz angenehm, ich sitze eigentlich super Leder, das ist natürlich der Hammer Das Leder ist in der höchsten oder zweithöchsten Gruppe 140 ein Dickleder Semi-Anilin mit Imprägnierung Ideal für Männer, für Kinder, für alle geeignet Zwei Sofas, die ein Kunde Nein, zwei Sofas, die auf der Messe standen So ist es wichtig Diese Gruppe stand auf der Messe Seledel auch mit diesen Metallfüßen Und wurde dort ausgestellt Auch auf einem kleinen Sofa Das ist jetzt das kleine Sofa Kann ich super liegen Kann natürlich noch besser liegen Wenn ich das Kissen weg mache Dann habe ich hier richtig viel Platz Und beim großen Sofa habe ich nochmal 20 Zentimeter mehr Also überlegen Sie es Ein echtes Schnäppchen Sie zahlen ungefähr Ein Sofa und bekommen zwei Ich denke, es wäre vielleicht was für Sie In dieser klassischen Farbe Vollbezogen mit Leder Vom Markenhersteller aus Oberfranken Schnappen Sie zu Dankeschön Und jetzt Vielen Dank.